Hallo YouTube, wie wir ja gestern schon mal im Stream besprochen haben, ist wohl bei 7 vs. Wild bei der neuen Staffel was ziemlich heftiges passiert mit Andreas Klebrig, wie ich ihn nenne. Und da hat der gute Olli ein Video zu hochgeladen, das nennt sich der heftige 7 vs. Wild Skandal. Uiuiui. Da gucken wir mal lieber rein, was es da alles so zusammengetragen gibt. Rein. Das Thema heute wird eine ganz schwerwiegende Angelegenheit, wie Jumbo Schreiner. Nur diesmal ohne fußballgroße XXL-Schnitzel. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen, ich bin dumm, aber nicht nur da... Da sind wir schon zu zweit. Erst bei 7 vs. Wild hat sich ein regelrechter Skandal abgespielt. Und auf diesen gehe ich heute mal genauer ein. Ich höre so ein leichtes Leiern aus deiner Stimme, Olli. Hast du eventuell bei der Gamescom? Äh... Haben wir noch mal ein bisschen uns verausgabt? Ich hoffe, du bist gesund. Es lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Denn es gab einen Ausschluss eines Mitleads kurz vor 7 vs. Wild. Und um was es sich da handeln könnte. Wie stark die Indizien sind. Das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Erstmal vorab. Der Dreh- und Angelpunkt des Skandals ist in diesem Falle Andreas Kieling. Klebrig. Andreas Klebrig heißt der jetzt. Aha. Chris Schwie. Dankeschön für zwei Monate. Also Andreas Klebrig kannte man ja bisher immer nur aus irgendwelchen YouTube-Kacken oder sowas. Wo er zusammen irgendwie... Ja, wo er halt zusammengeschnitten wurde. Und naja. So ein bisschen so ein strulliger Naturfotograf halt. Das ist die Cleo. Und die Cleo. Die rauche ich jetzt. Oh, lecker. Andreas Kieling kennt vielleicht einige von dem kürzlichen Bärenangriff. Ich hatte mir damals sogar die Sendung von Stern TV angeschaut, wo Andreas halt mit dabei war. Und da war ich eigentlich ziemlich begeistert von ihm, weil er extrem tierlieb ist, wirklich sehr viel Ahnung mit der Natur und auch mit der Tierwelt hat. Und offensichtlich ist er in dieser Thematik auch unglaublich kompetent. Denn nur zum Verständnis, er ist Filmproduzent und auch Dokumentarfilmer. Ja, der ist auch schon relativ bekannt, ne. Also viele im Chat schreiben gerade, die kennen den gar nicht. Der ist gerade so was Wildtierfotografie und so weiter angeht, der ist schon bekannt. Und der hätte eigentlich mit Joey Kelly zusammen, hätten die ein Team für 7 vs. 2 in der neuen Staffel machen sollen. Das hat aber offenbar nicht funktioniert, wie sich jetzt in dem Video herausstellen soll. Aber das ist auf jeden Fall jemand, der sich in der Natur und so wohl gut auskennt. Im Naturbereich, weshalb er auch super oft in Kontakt mit Tieren kommt. Und beispielsweise gab er sich nach der Bärenattacke auf ihn sich selbst die Schuld, weil er nicht achtsam genug war. Und wahrscheinlich habe ich ihn sozusagen überrascht, überrumpelt. Normalerweise weichen Bären Menschen immer aus, die sind scheu. Ist der vegan? Nein. Der ist safe nicht vegan. Im Leben nicht. Die sind einfach scheu. Überall ist das so auf der Welt. Aber wenn eine gewisse, ich sag nochmal, Grenze überschritten ist, dann kann es sein, dass es keinen Scheinangriff oder keine Flucht mehr gibt, sondern gibt es einen Angriff. Deshalb hatte ich mich aufgrund seiner Kompetenz gegenüber Tieren sehr auf ihn gefreut bei der neuen Staffel 7 vs. Wild. Ich dachte, er wäre der perfekte Kandidat für genau diese Show, bei der man noch wirklich richtig viel lernen kann. Doch das, meine lieben Freunde, wurde an der Stelle gar nichts. Denn 7 vs. Wild veröffentlichte vor kurzem folgendes Statement. Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen, Affe auf Bike, und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns doch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von 7 vs. Wild teilnehmen zu lassen. Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten. Als Teampartner für Joey Kelly ist der Shootingstar Jan Schlappen lange eingesprungen, der als Reservist angereist war. So, jetzt kann man sich ja denken, dass 10 Euro angemessen sind. 10 köstliche Kohle von Stefan. Heute bin ich bei ETR mitgemeint. Okay. Grüße aus dem Urlaub in die hakonischen Gefilde. Grüße aus dem Urlaub. Dankeschön für den Zehner, mein Lieber. Jetzt kann man sich ja denken, dass das nicht gar nichts gewesen sein kann. Wenn das Produktions-Team vor Ort schon sagt, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht, müssen wir sofort aktiv werden. Jetzt muss man sich einfach vorstellen, dass es da, glaube ich, nicht so um einen zugeworfenen Luftkuss oder sowas wahrscheinlich geht. Wenn man direkt sagt, also nachdem man quasi das Embargo aufgehoben hat, direkt mit dem Statement rausgeht, das muss schon ziemlich heftig sein. Heftiger wäre es nur, wenn sie es schon während der Show gemacht hätten. Das ist eine sehr harte und auch extrem überraschende Nachricht. Weil, was muss bitte passieren, dass du noch vor Ort bei Seven vs. Wild rausfliegst? Genaue Details zu dem Vorfall wissen wir nicht. Das heißt, Selbstvermutungen sind nur schwierig. Und es wäre jetzt Quatsch, irgendwelche Dinge zu behaupten, die am Ende des Tages nicht stimmen oder die wir halt einfach nicht wissen. Doch gerade die Fans von Andreas Kieling und auch teilweise misogyne Wichser wollen auf Kram... Wichser wollte er sagen. Das hat er sich irgendwie verschnitten oder so. Also, es gibt de facto gerade keine Beweise. Alle, die wissen, was da passiert ist, sind Teilnehmer und Team von Seven vs. Wild Staffel 3. Und die werden auch alle nichts dazu sagen, bis nicht quasi die Betroffene, glaube ich, sagt, dass es okay ist, öffentlich drüber zu reden. Was ich in Ordnung finde, ne? Solange man das intern klärt und sagt, okay, gut, es gibt rechtliche Schritte oder eben nicht, wenn man das nicht möchte. Das muss auch nicht kreuz und quer durch irgendwelche Tratschkanäle durchgetragen werden, solange es aufgearbeitet wird. ... diesen geschilderten Vorfall einfach verteidigen und schiebe nun sämtliche Schuld auf die Kandidatin Ann-Kathrin. Sie teilte übrigens in ihrer Instagram-Story folgende Nachrichten. Typisch Frau mal wieder. Fand dich eigentlich bisher sympathisch, aber dass du dem Andreas Kieling vorwirfst, dich bekrapscht zu haben oder whatever, ist einfach nur peinlich. Wenn man dir die Hand schüttelt, heißt es nicht, dass man dich bekrapscht, Kleine. Und da haben wir wieder Männers. Männers kommen wieder aus ihren ekelhaften Löchern gekrochen und erzählen auf einmal irgendwas. Von wegen, ja, selber schuld, wenn du hier, wenn dich der Andreas begrapscht, ne? Du übertreibst ja bloß, da bist du auch selber dran schuld. Wie kannst du es, ja, und außerdem übertreibst du, der hat ja nur die Hand geben wollen. Das wird dieses typische Internet-Abschaum-Phänomen von irgendwelchen Arschlöchern, die aus irgendwelchen dreckigen Dreckslöchern rauskommen und ihre minderwertigen Existenzen damit irgendwie rechtfertigen, indem sie irgendwelche Leute im Internet white knighten, wo sie keine Ahnung haben, worum es geht. Und in Wirklichkeit sind das einfach frauenverachtende Bastarde. Die white knighten wahrscheinlich auch Prinz Markus oder so, kann ich mir gut vorstellen. ...schon in seinem Satz Kleines sagt, bei dem weißt du, der Typ ist mindestens ein 60-jähriger Creep, der keine Ahnung von Anstand oder Respekt anderen gegenüber hat. Junge, sowas Dummes, vor allem Ann-Kathrin oder sonst irgendwer, hat nicht einmal behauptet, dass es darum ging, dass irgendwer wen begrapscht hätte. Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, es gab eine Grenzüberschreitung, aber wir wissen doch gar nicht, in welchem Kontext oder was genau passiert ist. Dass man halt daraus direkt ein Begrapschen macht, um irgendwie Andreas Kieling zu verteidigen, was auch wiederum weird ist, zeigt einem eigentlich, wie schwer es Opfer haben, die genau mit sowas konfrontiert werden. Ich meine, die können sagen, was sie wollen, es wird immer irgendwelche maximalen Vollidioten geben, die ihr sämtliche Erfahrungen absprechen und das völlig ohne Grund. Und ich weiß nicht, ob er das zeigt, ich habe heute ein Video von Papa Platte gesehen, der hat gesagt, Leute, das, was passiert ist, das wurde gesehen von, weiß ich, von zehn Leuten oder so, aus der Crew und aus den Teilnehmern. Das haben zehn Leute gesehen, die waren dabei, als das passiert ist und die sagen alle einstimmig, dass das ein absolutes No-Go ist, was da wohl passiert sein soll. Also es ist nicht mal so von wegen, der hat mich irgendwie beim Rausgehen, hat er mir mal kurz an den Arsch gelangt, sondern es muss wirklich was Heftiges gewesen sein, dass alle sofort geschlossen gesagt haben, hier ist die Grenze, es reicht. Weiter wurde dann übrigens noch Folgendes gepostet. Wenn er die Alte betatscht hat, war es nicht wert. Bin ja mal gespannt, worum es ging. Bestimmt so eine Feminismus-Scheiße. Schade, hätte wirklich lieber Andreas statt dich gesehen. Ehrlich, also diese Menschheit schafft sich definitiv ab. Was zum Teufel hat denn Feminismus mit einer Grenzüberschreitung zu tun, von der man nicht mal weiß, was überhaupt genau passiert ist? Ey, man könnte theoretisch auch vom Schluss... Hä, wieso das denn, Shai? Nee, 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 das hast du falsch verstanden. Das hast du... den Account kannst du wieder freigeben. Das hast du falsch verstanden. Das war nicht... das waren Screenshots aus den Nachrichten. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. ...schlimmsten ausgehen. Selbst das würden die scheinbar jetzt noch im Vorfeld verteidigen. Affe auf Bike hat übrigens extra auch ein Statement in die... Affe auf Bike ist das Opfer. Der Affe auf Bike hat nicht die Nachrichten geschrieben, das ist das Opfer. Okay, gut, jetzt werden halt auf meinem Kanal auch einfach die Opfer gebannt, ne? Machste nix. ...hierer Story hochgeladen, damit die Thematik nicht ganz so aufkocht. Deshalb schrieb sie noch, Andreas hat sich anschließend für den Vorfall bei mir entschuldigt. Damit ist das Thema für mich aktuell abgehakt. Hat der Andreas Kieling gesperrt? Zwei köstliche Kohle von Zentralverband der Männers. Oh Gott. Wir können uns zu den mutmaßlichen potenziellen Anschuldigungen gegen Herrn Klebrig leider erst äußern, wenn wir wissen, was das sogenannte angebliche Opfer zu dem Zeitpunkt anhatte. Das stimmt natürlich. Galigru. Galigru, danke schön, Anwaltsteam von Herrn Klebrig. Na, da muss man ja auch die Fakten erstmal sammeln. Und bis dahin gilt auch die Unschuldsvermutung. Anstatt ihr Respekt zu zeigen, wie sie mit der Situation umgeht, wird ihr vorgeworfen, dass das alles scheinbar bloß erfunden ist und dass sie nur Scheiße erzählt, dass Andreas Kieling nicht mehr teilnehmen kann. Junge, dann mit irgendeiner Feminismuskacke um die Ecke zu kommen. Ey, das ist wirklich absolut dämlich. Okay, dann erfinden wir jetzt einfach mal ein Video dazu, welches in dem jetzigen Kontext echt mega merkwürdig klingt. Yo, das Video von Robert Mark Lehmann. Yo. Also, ne? Einordnung. Wir hatten das gestern im Stream auch schon geguckt. Das hat jetzt mit dem Vorfall in Kanada nichts zu tun. Allerdings lässt es einen gewissen Interpretationsspielraum zu, was da eventuell vielleicht hätte gewesen sein können in Kanada. Ja, aber mein Anwalt hat gesagt, wir müssen uns da auch ein bisschen zusammenreißen. Und ja, Kamera wackelt hier ein bisschen, das liegt daran. Ich mache das hier mit Selfie, bin alleine unterwegs. Also mir fehlt eine junge, esprievolle, motivierte Kameraassistentin. Da muss er selber lachen. Das, lieber Andreas, solltest du auf Instagram oder YouTube lieber nicht so sagen. Das kann man auf Facebook noch machen. Mach das bitte nicht auf Facebook. Auch da nicht. Unter alten weißen Männern, aber... Augen zwinkern wir das mal so weg und verbuchen das mal unter 1990. Hm, warum braucht ein älterer Herr ausgerechnet eine jüngere Assistentin? Warum denn eigentlich kein Mann, der ihm hilft? Ich meine, er ist doch genauso nutzvoll. Das war das generische Femininum, so. Das sind halt so Aussagen, die jetzt nicht wirklich sehr schlau sind. Vor allem, wenn man sich jetzt einfach mal den Skandal anschaut. Und die Aussage wurde erst vor kurzem von Andreas getroffen. Aber gut, wir wissen ja trotzdem nicht, was passiert ist. Ja genau, das ist nicht alt, weil wir sehen in dem Video... Warte, warte, warte. Warte, wir sehen nämlich in dem Video, hier, er hat die Hand im Gips. Und die Hand ist im Gips, weil er von den Bären angefallen wurde. Das war das, was man vorher gesehen hat. Dass er gesagt hat, ey, da bin ich selber dran schuld, dass der Bär das gemacht hat. Und die Hand im Gips hatte er, glaube ich, bis kurz vor Seven vs. Wild. Das heißt, diese Aufnahme ist nicht irgendwie so 5, 6 Jahre alt, sondern die ist brandaktuell. Warum denn eigentlich kein Mann, der ihm hilft? Ich meine, er ist doch genauso nutzvoll. Das sind halt so Aussagen, die jetzt nicht wirklich sehr schlau sind. Ja was, ihr hört doch mal auf hier mit so Kleckerbeträgen. Zwei köstliche Kohle von Zentralverband der Männers. Ach du Scheiße. Okay, wir ziehen unsere Aussage von eben zurück. Galigru. Dankeschön. Dankeschön für zwei köstliche Kohlen. Zentralrad der Männers. Ich brauche wirklich Subs. Dankeschön. Vor allem, wenn man sich jetzt einmal mal den Skandal anschaut. Und die Aussage wurde erst vor kurzem von Andreas getroffen. Aber gut, wir wissen ja trotzdem nicht, was passiert ist. Deswegen muss ja im Prinzip nichts damit zu tun haben. Sieht halt nur komisch aus, wenn Ann-Kathrin zufällig eine junge, motivierte Dame ist, die an... Voller Esprit auch noch, ne? ...vom Naturbereich hat. Ich sehe aber jetzt schon die ganzen Heulsusen bei mir in den Kommentaren, die mich jetzt beleidigen werden, weil ich Andreas Kieling damit irgendetwas andichten will. Keine Sorge, dem ist nicht so. Und selbst wenn, ihr dichtet Ann-Kathrin auch irgendwas dazu. Nur man muss halt auch einfach mal mit seinen Aussagen in der Öffentlichkeit aufpassen. Das hatte ja Robert McLehmann hier schon richtig nachträglich gesagt. Also sei es drum. Die Aussage muss nichts mit dem jetzigen Vorfall zu tun haben. Das möchte ich auch an der Stelle gar nicht sagen. Doch damit die verwirrten Überfans von Andreas Kieling es vielleicht verstehen und nicht die Opfer direkt beleidigen, hier mal ein paar kleine Worte. Die Naturensöhne. Ah ja, die mögen wir, ne? Die Naturensöhne. Da haben wir früher öfter mal die Videos geguckt, so mit Lagerbau und so. Das sind doch eigentlich ganz nette Jungs. Das sind doch eigentlich echt ganz nette Jungs. Guck mal, das kenne ich auch noch nicht, das Statement. Die ebenfalls ein Team von Seven vs. Wild sind, haben ebenfalls ein Statement abgegeben und das klingt dann doch schon ein bisschen deutlicher. Und da sperrt bitte ganz genau eure Lausche auf. Zumindest die Leute, die Spaß daran haben, Opfer zu schämen. Wir sind entsetzt und können es nicht fassen, was gerade bei Affe auf Bike in den Kommentaren los ist. Wie können Menschen nur so ignorant und ekelhaft sein und Ann-Kathrin an den Pranger stellen, obwohl sie das Opfer in dieser Situation ist? Schämt euch, ihr widerlichen. Fakten dazu. Die Grenzüberschreitung wurde durch weit über 10 Personen, bestehend aus Teilnehmern, Orga und Filmcrew beobachtet. So, as I told you, Alter, 10 Zeugen, also weit über 10 Zeugen. Das ist nicht spekulativ, so a la, ja gut, ich hab gehört und so weiter. Könnte so gewesen sein. Das ist einfach fucking halbe Produktions-Team, hat gesehen, was da passiert ist. Das von Papa Platte, ich glaub, das kommt auch noch in dem Video vor. Ich, äh, ansonsten, schick's mir bitte gleich nochmal, Nils. Da ist also nicht vor Frage zu stellen. Andreas Kieling hat stark grenzübergreifend gehandelt und das auf eine auf uns absolut widerliche, wirkende Art und Weise. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass die Orga von Seven vs. Wild so ein Statement macht und Andreas Kieling von der Teilnahme ausschließt, wenn es keine absolute Notwendigkeit gewesen wäre. Big Weh, Big Weh an den Naturensöhne, Alter. Riesen, Riesen Weh. Also peilt euch alle mal, unterstützt das Opfer und bestärkt nicht den Täter. Nur weil ihr ein Idealbild von einer Person in der Öffentlichkeit habt, was durch seine unsittlichen Taten ins Wanken gerät, gibt es euch nicht das Recht, eine Hexenjagd gegen Ann-Kathrin zu führen. Jeder Kommentar, der auch nur in irgendeiner Form Opfer-Shaming betreibt oder dumme Äußerungen zu dieser Thematik beinhaltet, wird kommentarlos gelöscht und der entsprechende Account geblockt. Abschließend wünschen wir Ann-Kathrin viel Kraft, das Ganze durchzustehen. Liebe geht raus. Ah, Kuss, so ein gutes Statement, ne? Richtig schön, richtig schön Kante gezogen. Auch nicht zu sehr ins Detail gegangen, was passiert ist, ne? Gleichzeitig Opferschutz, sich stark gemacht, klare Kante gezogen. Äh, Mua! Shoutout an die Naturensöhne, bitte. Die streamen nämlich auch. Riesenweh. Das ist nämlich mal ein klares Statement zum Thema Opferschutz. Denn wir kennen noch nicht mal die Hintergründe und trotzdem wird für einige Ann-Kathrin als Täter bezeichnet. Das ist wirklich maximal peinlich. Jetzt stellt euch einfach mal vor, es kommt jetzt das Allerschlimmste bei raus. Und du hast grundlos einfach den Täter verteidigt. Junge, wie peinlich willst du dich eigentlich noch verhalten? Auch Seven vs. Wild teile eine ähnliche Story zu Ann-Kathrin. Sie meint nämlich auch, wir haben unsere Entscheidung, Andreas Kieling von Seven vs. Wild auszuschließen, auf Grundlage eigener Beobachtungen und Aussagen von mehreren Personen getroffen. Da der Mensch aber leider ein Primat ist und scheinbar immer noch nicht logisch denken kann, wird selbst jetzt noch sowas hier geschrieben. 90% der Kommentare hat blaue Haare, ist vegan oder hat sich 2022 bereits nicht die Achseln rasiert. Joa, geil. 90% Veganer? Super. Das ist meine Kommentarspalte. Ich schreibe da heute noch rein. Kannst aber wissen. Oh nein, wie schlimm. Menschen, die vegan leben. Lass mich bitte weiterhin Täterschutz betreiben. Ihr erbsenessenden Gutmenschen. Die neue Amber Hartz. Wenn toxische Feministen wieder am Rad drehen. Beste Kommentare überhaupt. Wenn mal wieder nichts Gutes in Fernsehen läuft und man sich mit feministischen Menschen auseinandersetzt. Wenn mal wieder nichts Gutes in Fernsehen läuft. Dankeschön. und wirklich auseinandersetzen kann. Und das sind alles Kommentare, die hintereinander verfasst wurden und hochgeliked wurden. Meinst du, die sind, äh... Die haben irgendwie alle kein Profilbild. Ich stelle nur Fragen, ne? Also ehrlich, da muss ich komplett los. Wie dumm sind diese Menschen. Und ich gehe davon aus, dass es nicht mal Trolle sind. Die sind halt wirklich einfach beschränkt. Diese Leute sind halt wirklich komplett am Arsch. Und denen juckt das halt auch wirklich einen Scheiß, wenn es dadurch den wahren Opfern noch schlechter geht. Zumal hier Ann-Kathrin niemandem etwas Direktes vorgeworfen hat. Sie meinte nur, es gab eine Grenzüberschreitung. Andreas Kieling hat sich entschuldigt. Und damit ist das Thema für sie abgehakt. Was wird jetzt aber daraus gemacht? Richtig, es wird die Feminismuskeule geschwungen. Sie wirft Andreas Kieling vor, sie bekrapscht zu haben. Und sie ist die neue Amber Heard. Denn sie wirft anderen etwas vor, was ja nicht passiert ist. Das ist ehrlich traurig. Und das zeigt mir auch den Entwicklungsstand von genau diesen Leuten, die sowas verfassen. Was mich aber am meisten wurmt ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Kommentare nicht von dem jungen Publikum kommen, sondern überwiegend von dem alten Publikum. Gerade die... Irgendjemand hatte noch einen Kommentar von wegen, früher war Seven vs. Wild noch geil, als da auch keine Weiber dabei waren. Da war wirklich jemand butthurt, weil selbst bei Seven vs. Wild mittlerweile Frauen mitmachen dürfen. Kleiner Spoiler, die dürfen sogar wählen und Auto fahren. Und ein eigenes Konto haben, ne? Das sind verrückte Zeiten, ich weiß, aber wir müssen uns dran gewöhnen. Die sollten eigentlich reflektiert genug sein, außer diesen selber hin und wieder mal Täter von Grenzüberschreitungen. Das kann natürlich auch sein. Also bitte, nochmal zum Verständnis für die dummen Menschen da draußen. Stellt euch vor, jemand ist grenzüberschreitend gegenüber deiner Schwester, deiner Mutter, deiner Tochter oder deiner Frau. Was würdet ihr dann machen? Euren Bekannten Beistand leisten oder lieber draufhauen? Weil es Frauen sind ja sowieso nur ihre feministischen Züge fahren und sich eh alles ausdenken. Erst wenn ihr jetzt hier drauf eine wirklich schlaue Antwort geben könnt, solltet ihr auch im Anschluss kommentieren dürfen. Ich stelle mir gerade vor, wie bei so einem Seven vs. Wild, wenn gerade die Birne anfängt zu brennen. Was ist ein Konflikt? Was soll ich machen? Was hat meine Frau angehabt? Davor kommt meistens nur Scheiße raus. Dennoch natürlich auch ein großes Lob an die Naturensöhne, die sich hierbei wirklich sehr stark für Ann-Kathrin einsetzen. Und natürlich auch an das Seven vs. Wild-Team, die relativ schnell Konsequenzen aus der ganzen Situation gezogen haben. Denn das stelle ich mir auch nicht ganz so leicht vor, kurz vor Beginn einfach noch einen Kandidaten rauszuwerfen. Ja, muss man sagen. Trotz aller Kritik an Seven vs. Wild und an Fritz Meinecke und so weiter, da hat die Orga schon einen guten Job gemacht, den Typen rauszuziehen. Ich glaube, gerechnet hat damit keiner. Und dann haben die aber auch sofort gehandelt. Das muss man auch mal anerkennen, dass da auch richtige Dinge passiert sind. Also, bitte versucht nachzudenken. Seid nicht so wie irgendwelche Neandertaler, die ohne Ahnung irgendwie die Keule schwingen und drauf eintrechen. Und das Allerwichtigste zum Schluss, lasst jetzt gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Szenchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin. Gutes Video, Kevin. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Me gusta mucho. Wir nehmen jetzt noch Nils. Kannst du bitte noch mal das Papa-Platte-Statement posten? Dann nehmen wir das direkt mit rein. Papa-Platte, Keelings-Anwalt. Oha! Hallo YouTube, guck mal. Hier unten sind wir noch mal. Hier ist nämlich das Papa-Platte-Statement zu dem Thema. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Teil. Wir hören da noch kurz rein. Ich weiß nicht, ob das ist, was Wilbo meint. Aber ihr habt vielleicht den... den Post gesehen von dem Seven vs. Wild-Account über Andreas Kieling und Affe auf Bike. Und ich möchte einfach nur sagen, okay, ob das, was genau passiert ist, ob das irgendwann mal public wird, ist alles in der Hand von Affe und dem Seven vs. Wild-Team. Das müssen die entscheiden. Vor allen Dingen natürlich sie in allererster Linie. Aber es ist unter aller Sau, dass da Leute so eine Scheiße kommentieren. Die Sache, die da passiert ist, ging absolut nicht fit. Und wenn ihr wüsstet, was es ist, dann wüsstet ihr auch, dass es so ist. Und es ist die beste und einzig richtige Entscheidung, dass Andreas Kieling nicht mitgemacht hat. Alles andere wäre unter aller Sau gewesen. Ich weiß nicht, ob das... Junge, Papa-Platte, ist auch einfach so ein stabiler Ficker geworden. Ist jetzt nicht so, dass ich den früher großartig verfolgt hätte, aber das ist so eine... Das ist eine super gute Entscheidung. So eine stabile Atze geworden. Der hat richtig gute Werte mittlerweile, die er vertritt. Sackstabiler Typ. Sackstabiler Typ. Wäre er auf der Gamescom gewesen, hätte ich ihm eine Einkaufstüte angedreht. So, und jetzt noch ein zweites Statement. Was passiert hier? Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich bin nicht in der Macht, das sagen zu können, Public, was passiert ist, das müssen die entscheiden. Aber bitte, bitte, checkt, dass das unter aller Sau ist, was da passiert ist. Und dass ich es eine super gute Entscheidung fand, dass, äh, und alle, die dabei waren, dass Andreas Kieling nicht mitgemacht hat. Alles andere wäre falsch gewesen. Einhundertprozentig. Okay? Also, an diese ganzen fucking Idiots, die irgendwie sowas schreiben wie, äh, ja, 2023, wo ein Handschlag schon als sexuelle Belästigung, es ist kein Handschlag gewesen. Okay? Es war, es ging nicht fit. Ihr wart nicht dabei, ihr ekelhaften Kreaturen auf Instagram und sonst wo auf der Welt. Ihr wart nicht dabei. Haltet euer verficktes Maul. Niemand interessiert sich für euch. Niemand interessiert sich für eure scheiß Instagram-Meinung. Haltet eure dämliche Fresse. Einfach, Punkt, so. Lass die Frau in Ruhe, die ist ultra nett, super nettes Mädel und selbst wenn sie nicht nett wären, wäre das scheiße, you know, also, das ist einfach gut so, wie es ist. Es ist gut so, wie es ist. Ähm, das ist das Einzige, was ich über Seven vs. White sagen möchte. Darf er auch wahrscheinlich nicht mehr sagen. Aber finde ich okay. Wenn das bekannt werden soll, dann sollte das nicht durch Kevin passieren. So, was haben wir hier noch? Kieling lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass alle Vorwürfe haltlos sind. Warte. Hier. Zitat aus dem Bildinterview von Andreas Kieling zu der Thematik. Kieling lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass alle Vorwürfe haltlos sind. Sein Anwalt Dirk Gießen aus Düsseldorf exklusiv zu Bild. Wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück. Es hat zu keinem Zeitpunkt Grenzüberschreitungen oder Übergrifflichkeiten meines Mandanten gegeben. Die vagen Vorwürfe und Andeutungen, die Anlass zu vielfältigen Spekulationen geben, sind unzutreffend. Jetzt habe ich natürlich die Frage, wieso waren die Anwälte von Andreas Kieling live vor Ort und können das einschätzen? Und wie passt das mit der Aussage zusammen, dass Andreas Kieling sich bereits entschuldigt hat? Und wieso nenne ich ihn Andreas Kieling und nicht Andreas Klebrich, was ja sein richtiger Name ist? Zehn Zeugen. Mehr als zehn Zeugen. Mehr als zehn. Was haben wir hier noch? Statement von Affo auf Biken. Kurzes Video, das gucken wir uns auch noch an. Das kommt auch alles noch ins YouTube-Video mit rein, damit wir den ganzen Kontext haben. So Freunde, ich melde mich jetzt auch mal zurück. Nach dem ganzen Drama der letzten Tage weiß man gar nicht, wie man jetzt wieder so normal ins Leben startet, gerade nachdem einfach so viel passiert ist. Also das musst du dir ja auch mal vorstellen, was da auch immer passiert ist. Wir wissen es ja wirklich nicht. Aber dir passiert erst sowas und dann musst du dich im allerhärtesten Fall auch noch 14 Tage im Dschungel damit rumschlagen. Ist ja nicht so, als könntest du dich dann irgendwie ablenken, sondern du begehst dann ja quasi in diese Aussetzung, in dieses Seven vs. Wild Abenteuer rein und dein Start ist direkt irgendwie die Grenzüberschreitung, nennen wir es einfach mal so. Und dann musst du da irgendwie 14 Tage im Wald mit dir selbst klarkommen. Kanada hat einen Dschungel, ja, ihr wisst doch, was ich meine. Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist, ob ich glücklich traurig bin, ob ich Danke sagen soll, ob ich mich begraben gehen soll. Das ist einfach Wahnsinn, was unsere Gesellschaft aus so etwas macht. Danke dafür. Ich bin jetzt die, der manchmal noch handreichen kann, ohne dass das sexuelle Belästigung ist. Ihr müsst es respektieren. Es tut mir unfassbar leid, dass es ein schwammiges Statement ist. Ihr müsst es aber wirklich respektieren. Es geht darum, dass mir das unangenehm ist. Ich möchte nicht, dass das alles überschattet, Freunde. Es ist so ein geiles Projekt. Das Projekt ist so heftig. Das war einer der schönsten Erlebnisse, die ich jemals in meinem Leben so haben durfte. Und jetzt wird, ich will, dass das Projekt, dass die Leistung, alles, was wir erleben, alles, was wir erleben durften, im Vordergrund steht. Okay? Und darum soll es gehen. Guck mal, das hörst du schon wieder in ihrer Stimme, wie betroffen sie davon ist. Das muss, das stelle ich mir tatsächlich scheiße vor. Du hast, also, da gibt es ja gewisse Verschwiegenheitsklauseln in den Verträgen. Man darf ja nicht sagen, wer rausgeflogen ist, wer gewonnen hat und so. Das muss ja alles quasi, bis es ausgestrahlt wird, unterm Teppich liegen. Und ich glaube, jetzt, wenn sie zum Beispiel den Wunsch hätte, gerichtlich dagegen vorzugehen, ich weiß nicht, inwieweit das dann trotzdem durch so Verträge abgedeckt ist. Also quasi, du willst irgendwie was unternehmen, weil dir Unrecht getan wurde, kannst es aber nicht, weil deine Verträge sich irgendwie da, weil die dich abhalten. Keine Ahnung, inwiefern das rechtlich angreifbar ist und ob das nicht irgendwie nochmal eine andere Kiste ist. Aber ich glaube, man hat da so eine Art Schweigepflicht, oder? Strafrecht bricht alles, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon. Nicht eine negative Sache, die sich hochpauscht und plötzlich alle nur das Negative sehen und Sensationsgehalt sind. Ey, das war... Ja, habt ihr recht. Das war so schön. Die Produktion, die Teilnehmer, das war eine Erfahrung, die war so schön. Das ist so was Positives. Und jeder Teilnehmer, alle, die dabei waren, haben es verdient, mit ihrer Leistung, mit dem, was gezeigt worden ist, im Vordergrund zu stehen. Ja, habt ihr recht. Deswegen heißt es für mich, an dieser Stelle abhaken, wenn ihr da draußen sagt, okay, ihr wollt mich fertig machen, have fun, so ich kann nachts schlafen, die letzten Tage eher weniger. Oh, Dinger. Ich kann es alles nicht. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Ich will einfach nur Danke sagen an alle Leute, die hinter mir stehen, die Teilnehmer, das berührt mich sehr. Und jetzt will ich einfach nochmal ich will, dass das Leben geil ist, Freunde. Kein Bock auf Drama, kein Bock auf irgendwas. Ich will weitermachen, ganz normal. Und das machen wir jetzt. Hier auf dem Kanal geht es jetzt weiter. Ich hoffe so sehr und die Realität wird mich eines Besseren belehren, dass sie da jetzt irgendwie zur Ruhe kommt, weil ich glaube es nicht. Ich glaube, die Wichser werden jetzt einfach weiter im Internet rumspuken und werden sie beleidigen und bezichtigen, bis irgendwann Informationen gelegt werden oder so. Und das wird dann nochmal richtig hässlich. Wenn sie glaubt, dass sie jetzt Ruhe hat, das wird leider nicht so sein. Und das wird jetzt, das wird wahrscheinlich jetzt erst richtig dreckig, was diese ganzen Missgestalten, diese minderwertigen, minderwertigen Zementeimer. Ja, damit meine ich natürlich, dass die Zementeimer aus nicht so guten Materialien hergestellt worden sind. Was die jetzt in nächster Zeit fahren werden, in irgendwelchen antifeministischen Kampagnen und so, das wird richtig hässlich. Von daher kann man da nur sagen, Solidarität mit Affe auf Bike und ich hoffe, das wird aufgeklärt und da werden schnell Urteile gesprochen. Ist Backblech nicht mehr? Natürlich Backblech. Selbstverständlich ist Backblech okay. Ja, also gutes Statement, Papa Platte, gutes Statement, Natur und Söhne, gutes Video von Kevin in dem Zusammenhang. Und ja, da kann man jetzt nur auf Gerechtigkeit hoffen, ansonsten bin ich da voll bei Affe auf Bike und hoffe, dass es ihr irgendwie demnächst wieder besser gehen kann oder dass sie da irgendwie ihren Frieden mitfindet, weil sie wirkt so, als wäre sie emotional noch mittendrin, was ja auch verständlich ist. Von daher, hey, YouTube, wenn ihr da auch mal auf Twitch dabei sein wollt, dann kommt ihr rüber. Ich mache jetzt gar keine große Abmoderation. Wir sehen uns. Tschüss. So, komm her, Mr. Hund. Wir brauchen jetzt was Schönes. Komm her. Gib, 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 gib. Amen. Amen.